Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zum Karfreitag, zum Kaffee mit mir. Ich möchte euch heute an Karfreitag eine interessante Sache vorstellen, von der ein Kollege erzählt. In Deutschland gibt es jetzt die ersten Windtelefone, deshalb steht ja auch eins. Das sind Telefonzellen, die auf Friedhöfen stehen. Man kann aus ihnen aber niemanden anrufen. Die Telefone stehen dort, damit Angehörige von Verstorbenen ihrer Trauer Ausdruck geben können. Sie können in den Telefonzellen Worte in den Wind sprechen. Diese Worte werden dann, hofft man, vom Wind zu den Verstorbenen getragen. Oder man schreibt den Zellen Worte auf einen Zettel, der abends mit anderen Zetteln des Tages eingesammelt und aufbewahrt wird. Manchmal liegen um die Telefonzellen herum auch kleine Steine des Gedenkens. Die Idee dazu kommt aus Japan. Nach dem Tsunami-Unglück im Fukushima 2011, bei dem Tausende starben, suchten Angehörige nach Ritualen, um noch einmal mit Verstorbenen in Verbindung treten zu können. Ein Mann erfand dann das Windtelefon, stellte es in seinem Garten auf. Mittlerweile gibt es in Japan viele dieser Telefone. Liebe Freunde, Trauer braucht Ausdruck. Wer Trauer in sich verschließt, macht sie immer schwerer. Trauer will raus, könnte man sagen. Dazu dienen seit Jahrhunderten alle Rituale unserer Bestattung, natürlich auch unsere christlichen. Manchmal sehen und lernen wir wie heute Neues. Die Welt ist ja nicht mehr so weit entfernt wie früher. Diesem Fall macht Japan es vor. Sprich noch einmal mit dem oder der Verstorbenen. Lädt das Windtelefon ein. Vielleicht ist noch nicht alles gesagt. Vertraue dem Wind, dass er deine Worte zu den Verstorbenen trägt. Die Telefonzelle ist sowas wie ein Symbol dafür, über den Abschied hinaus in Verbindung zu bleiben. Und so vielleicht die Plötzlichkeit des Todes etwas zu mildern. Nun, liebe Freunde, ich habe das nicht zu bewerten. Ich habe aber nur die Ängste zu versuchen, zu verstehen. Die Hinterbliebene belasten. In meinem Dienst ist mir das nur zu gut bekannt. Manchmal gibt es viel Ungesagtes, nicht selten auch Unversöhntes. Dem kann man nun mit dem symbolischen Windtelefon begegnen und vielleicht noch etwas Liebe nachtragen. Liebe Freunde, die Jünger Jesu sind weggelaufen. Als Jesus verhaftet, verurteilt und dann hingerichtet wurde. Das hat die Jünger schrecklich belastet. Sie ahnten noch nicht, dass sie Jesus einige Tage später wiedersehen werden. Und Jesus ihnen mit den Worten, Friede sei mit euch, ihr Weglaufen verziehen hat. Wer verstorben noch etwas sagen will oder muss, möchte seinen Frieden machen mit dem Tod. Oder mit seinem Erschrecken vor dem Tod. Und ruft Worte in den Wind oder schreibt sie auf einen Zettel oder findet hoffentlich noch andere Formen. Anregungen dazu und Einladungen natürlich auch in unseren Gottesdiensten. Vielleicht, liebe Freunde, hilft auch ein Satz Jesu. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Worte sind eine große Hoffnung. Am Karfreitag und über den Tod hinaus. Macht es gut, bleibt behütet bis in 14 Tagen. Euer Pfarrer Uwe Löber Eين Eino Eino